Herzlich Willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Wir waren in dem letzten Video schon mal ein bisschen angeflogen, mal geguckt, was man so machen muss. Ja, wichtig ist, man sieht hier in der Fernbiegung ein paar Angaben. Man sieht, die ist von mir drei Meter entfernt und hat eine Flughöhe von null Metern, weil sie steht auf dem Boden. Hier sieht man das Bild. So, in der App. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich würde mal kurz hochfliegen, damit ihr mal einen Unterschied sehen, zwischen den Bildern. Ich starte. Ihr seht das normale Kamerabild. Die Drohne steht ruhig. Dann können sie ihr so angucken, wo sie jetzt bei Google Maps ist. Alles klar. Sie ist in zwölf Meter Höhe und 52 Meter von mir entfernt. Wichtig ist, ihr dürft nicht höher als 100 Meter fliegen. 100 Meter ist eine magische Grenze. Das ist vorgeschrieben. Bitte unter 100 Metern bleiben. Und auch wegbleiben von Flughäfen. Aber da guckt ihr vielleicht noch mal Internet. Also bei Globeflight gibt es eine sehr gute Hilfe. Also von der Firma ist ja auch die Drohne. Guckt dann bitte mal ein Internet bei der Firma Globeflight, dass es noch so eine Infos gibt. Zum Beispiel irgendwelche Sendemasten, Oberlandleitungen. Da soll man halt auch einen Sicherheitsabstand einhalten. So, okay. Das ist was man will. So, die Drohne steht jetzt ruhig in der Luft und man sieht jetzt ganz normal das Bild. Wenn ich jetzt eine Aufnahme starte, das kann ich entweder hier über diesen Videoknopf machen oder hier auf Video umschalten und Start drücken. Jetzt würde ich Start drücken. Jetzt läuft da eine Aufzeichnung. Und zwar das Visible, das ganz normale Sichtbild. Okay. So. Wenn ihr den Speicher nachher ausliest, werdet ihr sehen, er hat diesen Film gespeichert und einen Infrarotfilm parallel. Ihr habt jetzt immer zwei Videodateien gleichzeitig erstellt. Wie sieht das aus? Man könnte es umschalten zum Beispiel auf nur Infrarot. Hier sieht man, hier rechts der Weg ist ein bisschen wärmer. Oder eine Mischung zwischen Infrarot und Sichtmatte. Also, das ist der MSX-Mode, wo die Konturen noch ein bisschen verschärft werden. Das kennt ihr vielleicht von den Wärmebildkamera. So. Und man sieht jetzt hier neben dem, man kann hier noch so einen Ausschnitt definieren per Handy-App und er sagt mir dann den heißesten Bereich und den kältesten Bereich in diesem Ausschnitt. Das sind so Wärmebildkamera-Funktionen. So. Ich hatte erst ein bisschen gesucht und ich war nicht ganz sicher, wie man hier so Wärmegrenzen einstellen kann, weil das jetzt hier, was rot leuchtet, ist nicht von Haus aus so. Man kann das nämlich einstellen, wo man hier auf das Temperatursymbol drückt. Wie die Schwellwerte sind. Der untere, ne. Also, der untere Low-Temperature ein bisschen hoch stellen oder die oberste. Man kann es auch so ein bisschen hier verschieben, die Balken. Das muss man sich so ein bisschen einstellen. Man muss dann Ruhe machen, ne. So. Und dann kann man nämlich wirklich den Temperaturebereich so einstellen, dass man nur Personen sucht. Sagt man mal zwischen 10 und 50 Grad. Und dann leuchten die rot auf, was man sucht. Ist man im Feuerbereich ist natürlich ein bisschen heißer unterwegs. Man würde es komplett übersteuern, ne. Gut. Das kann man hier mit einstellen. So. Da gibt es auch verschiedene Farbmuster. Zum Beispiel könnt ihr hier, das ist hier links eingestellt gewesen. Dieses Farbmuster, was sie gerade ist. Dieses einstellen. Schwarz-Weiß. Die ist bunte. Und dann müsst ihr mit den Regeln ein bisschen rumspielen, ne. Da gibt es ja verschiedene Modi. So. Die Einstellung nicht mal wieder weg. Eigentlich ganz einfach, ne. Also man hat das eigentlich, man muss sich aber im Moment mal ein bisschen mit befassen und gucken, wo was ist. Ich hatte es auch zum Beispiel einen ganz normalen Visible-Modus, dass die Kamera auf einmal viel zu hell war. Da war ich wohl irgendwie mit meinen Wurstfingern hier rauf gekommen und habe hier irgendwie gedrückt. Und auf einmal das ganze Bild extrem hell. Auf natürlich wie rund auf Null zum Beispiel, ne. Oder was man hier, ne. Könnt ihr noch ein bisschen Auto, ISO und sowas einstellen. Müsst ihr euch ein bisschen mit befassen. Ich will jetzt hier keine Kameraschulung machen. Nur zeigen, was man hier so einstellen kann. Ne. Die Aufnahme läuft und ich könnte jetzt einfach weiter fliegen. Ich fliege jetzt mal nach vorne und man sieht ja wunderbar die Aufnahme, ne. Ist das nicht herrlich? Wichtig ist, ihr dürft die Drohne, das sage ich euch gleich. Ihr dürft die Drohne nicht, ähm, ich fliege jetzt auf den Homepoint, dass sie zurückkommt. Go home. Sie kommt. Sieht man jetzt auch, wie sie fliegt. Man hat das im Bild. Und ich erzähle mal ganz kurz, ihr müsst darauf achten, dass ihr über keine Privatgrundstücke fliegt. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft zwar auf den Straßen drüber wegfliegen, aber nicht über Grundstücke. Und ihr müsst immer eine Sichtweite haben. Das heißt, ihr dürft jetzt nicht hier irgendwie nach Kamera drei Orte weiterfliegen. Ist nicht erlaubt, ne. Also ihr müsst ihr so wie wir immer sehen können, dass sie dann in der Nähe ist. Das war vielleicht klein für die Kamera zu erkennen, aber ich sehe sie permanent. Und für die ersten Startübungen sucht euch eine freie Fläche, ne. Wenn jetzt ein Hindernis an der Nähe ist und die landet, dann wird sie vorher fragen, darf ich landen, ne. Das ist ja eine Sicherheitsfunktion, wenn sie merkt, oh da unten ist was. Dann muss ich bestätigen, dass sie landen darf. Dann seht ihr wunderbar, wie sie hier stehen. Zack. So einfach ist das, ne. Das war eigentlich schon der Modus, dass man hier so einstellen kann. Also Wärmebildfunktion, das kann man jetzt auch im Video nicht alles sehen. Das ist ja klein, da müsst ihr mal ein bisschen rumspielen. Und ich denke mal, das ist schon mal ein sehr guter Einstieg für euch, dass ihr wisst. Ihr habt ja ein paar Regler, mit denen ihr rumspielen könnt. Ich mach das Video mal aus. Und ihr könnt das Video jetzt, das kann ich nochmal kurz zeigen, ihr könnt das Video jetzt hier direkt über diese App aufs Handy runterladen in schlechterer Qualität. Oder ihr müsst den USB-Kabel, ihr habt da im Koffer so einen USB-Adapter, die Drohne einschalten am Rechner und dann die Bilder runterladen. Ich denke mal, das kennt ihr von jedem Fotoapparat und so weiter. Das ist ja letztlich nichts anderes, was an Bord ist. Hier die kurze Variante, wenn ihr jetzt zurückgeht ins Grundmenü, ihr drückt oben links auf DJI, zack. Abdeck den Gericht, dann kann man hier unten sagen, Bilder. Und dann verbindet sich jetzt mit der Drohne, das ist doch in einem Moment. Und dann kann man nämlich sich die Medien aussuchen, die man da filmen will. Das dauert echt im Moment. So, daher sind die Videos. Und man sieht jetzt auch, für das Video, was ich gerade gemacht habe, gibt es immer auch ein Parallel-Wärmebildvideo, die ganze Zeit. Gucken wir uns mal an. Wo ich in der Luft stand und ich erzählt habe, sieht man hier die ganzen Bilder dazu. Und da hatte ich noch nicht umgeschaltet auf Wärmebild, das macht ihr automatisch, zeichnet immer beides auf. Es geht ja auch, oh, ist irgendwas im Gras gewesen? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, nur, dass ihr das wisst, die Möglichkeit gibt es auch, dass man direkt die Dateien runterlädt, aufs Handy packt. Ist natürlich immer ein bisschen Speicher, der dabei genutzt wird. Aber eben auf die Schnelle sagen, ja, schicke ich dir kurz rüber oder ich packe das mal kurz rein bei Facebook, Instagram oder bei Feuerwehrwilli auf die Seite. Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Reinschalten und kommen wir gleich zum nächsten Video. Wir steigen immer tiefer an. Alles klar? Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020